Der Hauptplatz von Neumarkt in der Steiermark wurde kurzerhand zu einem Veranstaltungszentrum umfunktioniert. Warum? Das beliebte Auftrachteln der Werbegemeinschaft Neumarkt wurde gefeiert. Die Mitgliederbetriebe der Kaufmannschaft stellten ein buntes Programm zusammen, wobei für jeden, ob jung oder alt, etwas dabei war. Am Hauptplatz haben wir heute das traditionelle Auftrachteln, also das ist wiederum veranstaltet von der Werbegemeinschaft und von unseren wirklich initiativreichen Wirtinnen, also von der Seidel Hermi und von der Susi Schwarz, die da wirklich mitwirken und wieder ganz was Tolles auf die Füße gestellt haben. Die Werbegemeinschaft ist ein großer Verein aus 40 Selbstständigen und wir haben vor Jahren angefangen, so Fixveranstaltungen zu machen, Schwerpunkte am Hauptplatz zu setzen. Wir sind jetzt eine kleine Arbeitsgruppe, eine sehr intensive und sehr starke Arbeitsgruppe und dadurch haben wir eigentlich auch sehr guten Erfolg damit. Das Besondere ist, dass es die Gelegenheit ist, für die ganzen gewerbetreibenden, dienstleistungs- und produzierenden Unternehmen sich da nicht nur der Bevölkerung als feierndes Publikum darzustellen, sondern auch die Leistungen, die man in der Region anbietet, vorzustellen, weil die Region kann sich nur gemeinsam stärken. Wir sind besonders gern dabei, die Bevölkerung ist gern dabei, weil die Gemeinschaft hier so stark ist und alle hier gerne mitmachen. Ich finde es ganz großartig, dass hier die Betriebe von sich aus hinausgegangen sind, um zu zeigen, was es hier in Neumarkt gibt. Und wie man sieht, wird es bei der Bevölkerung großartig angenommen. Und ich denke nur, dass es Miteinander wird es möglich machen, dass sich Wirtschaft gut entwickelt, auch hier in Neumarkt. Erstens, das Zusammenhalten. Zweitens, dass sie was tun. Und drittens, ich vertrete ja in Europa 20 Millionen Betriebe. Aber das ist gar nichts gegen 50 Millionen Halbe, die die Mura-Brauerei jedes Jahr verkauft. Das Auftrachteln jedes Jahr ist Pflichttermin, weil man da viele Gesichter wieder sieht, die man schon lange nicht mehr gesehen hat. Und deshalb, wie gesagt, freut man sich jedes Jahr drauf. Mir gefällt es ganz gut. Ich habe alle meine drei Kinder mitgenommen. Heute sind wir fest angezogen. Und das Highlight war jetzt das Entensammeln. Ich bin deshalb beim Auftrachteln, weil mir das gefällt, wenn die Gemeinde ein bisschen was macht. Und ich finde das toll, wenn die Leute das unterstützen auch. Und das ist viel super da. Es sind viel, viel Leute da. Und wir danken es alle. Ich komme deshalb gerne zum Auftrachteln, weil es ein Stück heimend ist. Man trifft immer alle. Man kann alleine hergehen oder in einer Gruppe. Es gibt einfach immer was zum Essen, zum Trinken und gute Leute zum Ratschen. Es ist einfach daheim. In Neumarkt das Auftrachteln lohnt sich jedes Jahr. Es ist das zweite Juli-Wochenende, wo wir den ganzen Ort in Tracht ausstatten, wo wir einfach unsere Kultur in der Steiermark feiern, wo wir eine Gemeinsamkeit feiern und damit einfach eine schöne Zeit haben. Für die Werbegemeinschaft Neumarkt war das Auftrachteln 2019 ein großer Erfolg. Aber auch ohne Fest werden die Besucher von Neumarkt gewinnt. Das war's für die Werbegemeinschaft Neumarkt.